Hi, wir sind Sternblut und ihr seht den School Jam Tour Blog. Hey, wir sind Debo und Mona von Sternblut. Wir sind heute hier in Nürnberg und zwar beim School Jam Tour Start für uns. Wir sind zum ersten Mal dabei, sind schon sehr gespannt, wir haben noch keine Ahnung wie es so abläuft. Wir freuen uns total auf die ganzen Bands, die wir kennenlernen werden. Geiles Publikum, geile Veranstaltung. Wir sind die Crashing Crew aus Erlangen und es gibt es erst ein halbes Jahr vielleicht. Aber wir haben einfach Bock auf Musik und Feiern. War's super? Also doch, hat echt Spaß gemacht. Geiles Publikum! Allen Bands nochmal einen fetten Applaus von uns auch. Die erste Band, die wir auf die Bühne binden, die es unserer Meinung nach verdient hat, in die nächste Runde einzuziehen. Crashing Crew! So viel möchte ich euch verraten, auch wenn wir keine wirklichen Platzierungen abgeben. Aber bei der nächsten Band wurde es schon ein bisschen schwieriger. Bei der zweiten Band, weil da gab es eine weitere Band, die deutlich mit dem Rennen war. Aber entschieden haben wir uns für Xtreet! Jaaa! Jaaa! Das ist auch geil! Jaaa! 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 Orally I can doubt it and hold you back So I break all of my bones Oh my bone So Dankeschön! Vielen Dank!